Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Juli 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf unter Rad. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 54 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 690 Euro pro Monat. Wir freuen uns hier näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal.